Das Morgengebet Meditation für Heilung, Glück und Freude Ich bete dies für mich und alle meine Familienmitglieder. Geführt durch Gott und Jesus Christus, meinen Retter, spreche ich zu meinem Unterbewusstsein. Frieden, Harmonie und Ausgeglichenheit regieren jederzeit meinen Geist. Die göttliche Ordnung übernimmt mein Leben heute und an jedem Tag. Alle Dinge wirken heute zum Guten für mich. Dies sind schöner, neuer Tag für mich. Es wird nie wieder einen Tag wie diesen geben. Ich bin den ganzen Tag lang von Gott geleitet. Und was ich tue, wird gedeihen und Früchte tragen. Göttliche Liebe umgibt und umhüllt mich. Und ich gehe in Frieden vorwärts. Wenn meine Aufmerksamkeit von dem abweicht, was gut und konstruktiv ist, werde ich sie sofort wieder dahin lenken, wo alles gut und förderlich ist. Ich bin ein spiritueller und mentaler Magnet für alles, was gesegnet ist und gedeiht. Und ich bin den ganzen Tag lang glücklich. Es ist die Angewohnheit meiner Gedanken glücklich zu sein. Jeden Morgen, wenn ich erwache und jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, segne ich meine Familie, ihre Handlungen und Gedanken, damit sich überall die göttliche Ordnung manifestieren kann und sie für alle reiche Früchte hervorbringt. Und ich danke Gott für die wunderbare Gesundheit, den Reichtum, Glück und Freude für mich und die ganze Familie. Ich bete dies für mich und alle meine Familienmitglieder. Geführt durch Gott und Jesus Christus, meinen Ritter, spreche ich zu meinem Unterbewusstsein. Frieden, Harmonie und Ausgeglichenheit regieren jederzeit meinen Geist. Die göttliche Ordnung übernimmt mein Leben heute und an jedem Tag. Alle Dinge wirken heute zum Guten für mich. Dies ist ein schöner, neuer Tag für mich. Es wird nie wieder einen Tag wie diesen geben. Ich bin den ganzen Tag lang von Gott geleitet. Und was ich tue, wird gedeihen und Früchte tragen. Göttliche Liebe umgibt und umhüllt mich. Und ich gehe in Frieden vorwärts. Wenn meine Aufmerksamkeit von dem abweicht, was gut und konstruktiv ist, werde ich sie sofort wieder dahin lenken, wo alles gut und förderlich ist. Ich bin ein spiritueller und mentaler Magnet für alles, was gesegnet ist und gedeiht. Und ich bin den ganzen Tag lang glücklich. Es ist die Angewohnheit meiner Gedanken glücklich zu sein. Jeden Morgen, wenn ich erwache und jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, segne ich meine Familie, ihre Handlungen und Gedanken. Damit sich überall die göttliche Ordnung manifestieren kann und sie für alle reiche Früchte hervorbringt. Und ich danke Gott für die wunderbare Gesundheit, den Reichtum, Glück und Freude für mich und die ganze Familie. Ich bete dies für mich und alle meine Familienmitglieder. Geführt durch Gott und Jesus Christus, meinen Retter, spreche ich zu meinem Unterbewusstsein. Frieden, Harmonie und Ausgeglichenheit regieren jederzeit meinen Geist. Die göttliche Ordnung übernimmt mein Leben heute und an jedem Tag. Alle Dinge wirken heute zum Guten für mich. Dies ist ein schöner, neuer Tag für mich. Es wird nie wieder einen Tag wie diesen geben. Ich bin den ganzen Tag lang von Gott geleitet und was ich tue wird gedeihen und Früchte tragen. Göttliche Liebe umgibt und umhüllt mich und ich gehe in Frieden vorwärts. Wenn meine Aufmerksamkeit von dem abweicht, was gut und konstruktiv ist, werde ich sie sofort wieder dahin lenken, wo alles gut und förderlich ist. Ich bin ein spiritueller und mentaler Magnet für alles, was gesegnet ist und gedeiht. Und ich bin den ganzen Tag lang glücklich. Es ist die Angewohnheit meiner Gedanken glücklich zu sein. Jeden Morgen, wenn ich erwache und jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, segne ich meine Familie, ihre Handlungen und Gedanken, damit sich überall die göttliche Ordnung manifestieren kann. Und sie für alle reiche Früchte hervorbringt. Und ich danke Gott für die wunderbare Gesundheit, den Reichtum, Glück und Freude für mich und die ganze Familie. Und ich danke Ihnen. Und ich danke Ihnen. Und ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. In Brand��inc 2. Und ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.